Hier haben wir den Amor. Er kam als Welpe zu uns aus Rumänien und ist jetzt ein knappes Jahr alt und sucht auch ein neues Zuhause. Er ist verspielt, bei fremden Menschen ist er jedoch wieder ein bisschen schüchtern. Genauso wie bei neuen Sachen, die er noch nicht so kennt, das ist alles manchmal ein bisschen gruselig, aber er gewöhnt sich schnell an neues und wenn man ihm ein bisschen Sicherheit gibt, dann wird das wahrscheinlich auch schnell wieder vorbei sein. Er braucht noch hier und da ein bisschen Erziehung, die Grundkommandos hat er soweit drin. Das Abrufen klappt meistens, gibt da schon ein paar Situationen, wo man dann 2-3 mal rufen muss oder direkt hingehen, anleihen. Das kann man alles noch ein bisschen festigen mit ihm. An sich ist das ein wirklich lieber Kerl. Er spielt liebend gern mit allen anderen Hunden, ist super nett, super verträglich. Da ist er wirklich ein ganz, ganz feiner. Bist du ein feiner? Ja. 3 1 3 4 4 5 5 4 Untertitelung des ZDF, 2020